So ihr Lieben da draußen, ich habe noch ein Bild gefunden, welches ich Anfang Dezember aufgenommen habe, am wahrscheinlich 3. Dezember, ich weiß es gar nicht mehr genau, gestackt habe ich es am 4. Dezember, wie man hier oben am Dateinamen sehen kann. Ja, das Bild ist in 16-Bit vorhanden, das heißt es ist im Grunde eine bessere RAW-Datei und ich werde jetzt als erstes mal das Bild bereinigen, denn ihr seht die Sensorflecken. Das sieht bei Fokus-Decking-Aufnahmen sehr verrückt aus, das liegt daran, dass die Mechanik nicht so ganz genau ist. Perfekterweise müsste das Ganze eine Linie sein, ist es aber nicht und das sieht man leider auch schon bei 3 zu 1, denn das ist 3,2 zu 1, wenn man es genau nimmt. Das ist die Vergrößerung. Was man auch sieht, es gibt eine deutliche Vignette und, und das muss man leider auch sagen, ihr seht das hier in der Mitte, das Bild ist super scharf. Und wenn wir jetzt mal hier an den Rand gehen, dann sehen wir, dass die Qualität nachlässt. Nicht, dass das hier unscharf wäre, nein, das Bild, das Gesichtsfeld dieses Objektivs ist leider nicht so perfekt groß wie eben der Vollformat-Chip der Sony. Aber ich habe kein schwächeres Objektiv und mit 1 zu 1 wollte ich da nicht rangehen, weil bei 1 zu 1 Optiken, da habe ich ja mein Sony Makro und da wäre diese Feuerwanze nicht wirklich gut drauf. So, ich habe schon ein Bild bearbeitet und das wollte ich euch eigentlich auch aufnehmen. Nun, was mache ich hier oder was will ich machen? Als erstes mal, dieser Hintergrund ist natürlich nicht schön. Hier gibt es noch Fehler, die ich ein bisschen ausmerzen muss und als erstes mal muss ich diese Schatten hier beseitigen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt vorhin, also beziehungsweise ich weiß es, dass es nicht einfach ist. Ich tue jetzt gerade mal so, als wüsste ich das nicht. Und ja, ich werde das also jetzt ausmerzen. Dabei gehe ich ziemlich rabiat vor, denn diese Linien hier, die kann ich schlicht und ergreifend recht gut mit Photoshop-Mitteln wegmachen. Es geht darum, erst mal ein bisschen das Bild aufzuräumen, die, ja, um mir dann später eben weniger Arbeit zu machen. Ich lasse die Kamera, beziehungsweise die Kamera ist gut, ich lasse hier die Aufnahmefunktion weiter laufen. Zumindest eine Zeit lang und in der Zeit kann ich euch noch was erzählen. 2015. Also ich habe ja sehr viel auch an meiner Makroausrüstung gebastelt, bin aber dann ein bisschen, ja, ein bisschen nicht gelangweilt gewesen. Aber ich hatte einfach das Problem, immer wenn ich fotografieren wollte, war das Wetter nichts oder ich habe nichts gefunden. Das gab es auch das ein oder andere Mal. Und immer zu Hause zu sitzen, wenn dann mal schönes Wetter war. Wenn man irgendwas gefunden hat, was man mitnehmen konnte, das war natürlich auch nichts. Ich habe dann halt immer wieder gesucht. Ich hatte auch Pech. Dieses Jahr habe ich keine Gottesanbeterin gefunden in Heppenheim. Leider muss ich sagen, ich hätte mich gefreut, hätte ich eine entdeckt. Sie wäre mit Sicherheit wieder ein Fotomodel der ersten Güte gewesen. Sie sind wirklich alles andere als, ja, bildscheu. Sie schauen einen an, förmlich. Und ja, übrigens wer jetzt hier denkt, hier, meine Güte, was machst du dir für eine Arbeit? Ganz ehrlich, ich werde das noch auf eine ganz andere Art beseitigen am Ende. Aber ich muss wirklich ein bisschen, ein bisschen grob die Fehler beseitigen. Das habe ich vorhin schon beim letzten Bild bemerkt, damit ich, ähm, so, damit ich dann die Farbauswahl von Photoshop benutzen kann, um mir eine Maske zu machen. Denn ich werde diesen nicht sehr schönen Hintergrund, der einfach nie perfekt werden kann, also er ist eigentlich gar nicht schlecht, aber durch diese, durch dieses Bereinigen und ich muss gestehen, ich möchte da auch nicht mehr Zeit opfern als unbedingt nötig. Das ist nämlich auch so ein bisschen ein Punkt. Viele Leute haben nämlich schon gesagt, Sven, warum machst du dir für so ein paar Käfer eigentlich so eine Mühe? Fotografier doch Menschen. Da könntest du sogar Geld verdienen. Du kannst doch alles. Ja, das ist soweit alles richtig, aber manchmal oder das Jahr 2015 war bei mir kein Jahr für Menschen. Ich habe bis auf Aufnahmen für Künstler mich ja fast verweigert, irgendwelche Porträts zu machen. Das mag den ein oder anderen wundern, aber es ist wirklich so gewesen. Ich hatte Anfragen und habe dann gesagt, ach nee, mag ich gerade nicht. Das ist nicht unbedingt Faulheit gewesen. Das ist natürlich sowieso nicht Faulheit, finde ich, sondern ich war einfach nicht bereit dazu, mich auf Menschen einzulassen. Vor allen Dingen, wenn das dann immer wieder darauf hinausläuft, dass ich mich den Wünschen der Person unterordnen muss, die fotografiert werden will. Also sie hat ja Vorstellungen. Das ist auch eigentlich okay. Trotzdem sollte man als Fotograf auf gut Deutsch auch ein bisschen mal spielen dürfen, Ideen sagen dürfen. Und viele waren da auch in letzter Zeit bei mir schlicht und ergreifend nicht bereit dazu. Und dann habe ich mir gedacht, nö, dann sucht euch mal einen anderen Fotografen, der eure langweiligen Bilder macht. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich habe das früher sehr gerne gemacht. Also viele Leute wissen das gar nicht, dass ich wirklich sehr, sehr viele Porträts oder überhaupt Aufnahmen gemacht habe. Allerdings, ja, eben mehr mit Leuten, die dann auch gesagt haben, Sven, was hast du für Ideen? Und da waren halt immer Aufnahmen für die Person und die Aufnahmen für mich dabei. Und das hat etwas nachgelassen. Und da habe ich mir gedacht, nö, das mache ich nicht. Aber das darf jeder machen und sehen, wie er das persönlich für richtig hält. Ich war, wie gesagt, 2015 da nicht so bereit für. Ja, ihr seht, ich komme da eigentlich recht flott durch. Das letzte Bild war fast schlimmer. Warum auch immer. hier. Und immer gucken, dass man nicht aus Versehen dann doch eine Ecke nicht macht. Sieht alles schlimmer aus, als es ist. Also das ist ein, nein, natürlich nicht. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang, den ich hier gerade. So, da muss ich ein bisschen größer werden. Das ist ein für Makrofotografen ein vollkommen normaler Vorgang, dass man hier das Ganze einen Fehler gemacht hat. Das liegt übrigens an der Videoaufzeichnung. Wenn das hier so ruckelt und so. Also ich habe zwar keinen langsamen Rechner, aber trotz alledem habe ich das Gefühl, er mag das überhaupt nicht. So, jetzt gehen wir mal hier noch ein bisschen drüber, dass das nicht ganz so aussieht. Ja, da an der Stelle war ich überhaupt noch nicht. So, dieses Ungenaue, das ist gar nicht mal so schlimm, weil ich werde einen, Fehler gemacht, ich werde einen neuen Hintergrund einziehen. Der hat dieselbe Farbe wie der jetzige. Es geht nur darum, dass ich in der Maske dann nicht so viele Fehler habe, denn die Farbauswahl von Photoshop funktioniert bei dieser Farbe hier wirklich recht gut. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Farbe in meinem Model nicht wirklich vorkommt. So, und die Feinheiten machen wir dann später. So, wie sieht das aus? Ich glaube nicht schlecht. Und jetzt, jetzt können wir ehrlich gesagt alles auf die Hintergrundebene reduzieren. Es mag auch viele wundern, dass ich das so mache. Auswahl, Farbreich. Und jetzt schauen wir mal. Seht ihr, ich habe noch von der vorhergehenden Aufnahme fast die richtigen Werte drin. Und ich nehme das jetzt mal so. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Maske hier noch verbessern können. Ich wende die jetzt da einfach mal auf mein... Ihr seht schon, wo mein Fehler war. Ich muss das Ganze umdrehen. So, das ist mein freigestelltes, meine freigestellte Feuerwanze. Ich nehme mir jetzt den Pinsel, picke mir mal diese Farbe, die ich hier habe. So, warum... Ist immer wieder sehr interessant. Warum macht Photoshop das hier nicht? So, fragt mich nicht, was Photoshop gerade hatte. Es hat sich strikt geweigert. Vielleicht ist das ein Bug. Es hat sich strikt geweigert, hier mir dieses... Ähm... diese Ebene. Ich benenne die jetzt auch nicht groß. Ich fülle die Ebene. Habe ich gerade gemacht. Ich lege sie hinten dran. Und jetzt aktiviere ich wieder meine Maske. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken. Die ist ein bisschen arg grell geworden, die Farbe. Das gefällt mir jetzt nicht so. Das muss dunkler werden. Und das füge ich neu ein. Ja, sieht besser aus. Gut, die Maske ist alles andere als perfekt. Das liegt daran... Ähm... Wobei... Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wenn man die Maske sich mal genauer anschaut, dann sieht man, dass es hier doch leichte Fehler gibt. Zum Beispiel hier drinnen. Und hier muss ich jetzt natürlich arbeiten. So. Hier muss ich natürlich arbeiten. Mit 100% weiß. Und muss zumindest hier innen mal die Maske verbessern. Ein Bekannter von mir hat immer gesagt, das sind Arbeiten für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Das hört sich leider böse an. Aber es ist ja wirklich so. Maske, das ist auch übrigens, das habe ich schon oft mitbekommen, für viele da draußen immer eine große Scheu. Viele sagen, ach nee, kann man das nicht anders machen. Im Übrigen gibt es immer gibt es sehr viel Software da draußen, die... Jetzt muss ich gucken... Äh... Da gibt es... Das ist ja lustig... Ähm... Da gibt es genug Leute, die sagen... Gibt es da keine Software? Und äh... Natürlich gibt es Software. Kann ich äh... Auch bestätigen, dass es die gibt. Äh... Nein, natürlich nicht. Ich möchte das rückgängig machen. Äh... Es gibt wirklich, äh... Natürlich Software da draußen, die ähm... Einem hilft, äh... Masken zu erstellen. Beziehungsweise damit zu arbeiten. Um es alles besser zu machen. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Masken. Also viele Leute haben da wirklich totalen Respekt davor. Äh... Wollen am liebsten nichts mit Masken äh... Zu tun haben. Und äh... Ich persönlich kann euch nur raten, fangt einfach an. Mit einfachen Dingen äh... Versucht... Versucht einfach mal Bilder zu maskieren, Stellen wegzumachen. Da gibt es wirklich äh... so viele äh... Möglichkeiten äh... Die man damit äh... Ja wirklich auf die Reihe kriegt. Und... 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 Und manche Leute machen das nicht. Das ist auch äh... Auch äh... Auch äh... Auch ein Thema gewesen. Ähm... Kam neulich mal wieder irgendwo... Dass jemand gesagt hat, ja... Also die Bilder heutzutage, die... Die werden viel zu viel bearbeitet. Und ähm... Ich sag's euch mal, wie es ist. Okay. Äh... Ja, die Bilder, die würden äh... Viel zu viel bearbeitet werden. Und ähm... Natürlich könnte man sagen, ja... Der Mann hat ja recht. Die Bilder werden viel bearbeitet. Aber der Grund dafür... Der Grund dafür ist doch, dass die Kameras... Und das haben sie auch schon früher nicht getan... Eben keine perfekten Bilder abliefern. Das ist nun mal so. Und äh... Ich muss das Bild jetzt mal speichern und die weiter geht's. Das Abendessen hat gerufen. Sonst wär's angebrannt. Und äh... Ja... Also ich habe... Wie gesagt... Zwei Ebenen. Ich hab jetzt die Hintergrundebene noch ein bisschen in der Farbsättigung reduziert. Irgendwie da ein bisschen weniger gemacht. Und ja... Jetzt werde ich als erstes mal mir überlegen... Was ich hier hinten noch machen kann. Also... Mir gefällt ehrlich gesagt... Noch hier so der Übergang nicht. Und da werde ich jetzt hier an der Maske... Jetzt muss ich schauen, mit was ich male. Mit schwarz. 40%. Jetzt werde ich hier noch einmal... Vorsichtig an diesem Fühler lang gehen. Das ist nicht super genau. Das seht ihr. Aber die Wirkung... Das hier... Das wegzunehmen... Und... Äh... Mal gucken. Vielleicht mach ich noch mal ein bisschen von innen dagegen. Dass die Kante erhalten bleibt. Das ist ziemlich soft geworden. Das gebe ich zu. Man könnte hier auch noch mehr vergrößern. Den Stift verkleinern. Das war natürlich jetzt mal wieder nichts. Ja... Das liebe umschalten. Das ist immer so eine Sache. So... Wir bewegen uns... Hier natürlich in einem Bereich. Noch dazu, dass hier außen eigentlich das Bild sehr schlecht ist. Das ist auch etwas, was ich... Äh... oft vergesse. Oder was ich jetzt eigentlich machen möchte. Ich habe vor... Meine Kamera auf Crop zu stellen. Das hätte den Vorteil, dass ich... Äh... Schaut euch das mal an, ja. Hier in der Mitte super scharf. Und... Hier nach außen hin leider durch das Objektiv kommt eben eine Unschärfe rein, weil der Bildkreis nicht groß genug ist. Das ist sehr, sehr schade, seine 42 Megapixel hier nicht voll ausnutzen kann. Aber... Das sind auch nicht wirklich die Bild entscheidenden Stellen. In der Mitte kommt das viel mehr. Und vielleicht schneide ich das Bild eh ab. Das müsste man sich mal ansehen. Wenn man es zum Beispiel quadratisch schneidet. Gut. Ja, jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich keine Lust mehr hier noch weiter rumzudoktern. Ich gehe in Camera Raw. Und zwar für den Hintergrund. Und hier mache ich was ganz Banales. Und zwar... Moment. Hier bei Manuel. Ich gebe eine leichte Vignette auf den Hintergrund. Das ist ganz banal gewesen. Das sieht man eigentlich kaum. Aber es kommt noch eine hinzu. Das mache ich dann, wenn ich die Raw-Entwicklung mache. Aber jetzt ist für mich hier an dem Bild so nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt der berühmte Griff, alles auf eine Ebene zu reduzieren. Denn was soll das? Ja, ich bin hier fertig. Hier außen war die Qualität eh nicht so gut. Und jetzt geht es darum, dieses Bild zu entwickeln. Und das ist sehr viel wichtiger. So. Und hier... Ja, was haben wir hier? Als erstes Mal haben wir hier so ein paar Lichter, die ein bisschen zu arg ausgefressen sind, finde ich. Die Schwärzen kann man etwas... Die Tiefen... Schwärzen... Tiefen, ja... Kann man etwas erhöhen. Vielleicht ein bisschen an der Klarheit drehen. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Damit ich das besser sehe. So, ich gehe jetzt mal hier in die Mitte. Und werde euch mal zeigen... Ja, das ist egal, ob das 100% sind. Ich habe das Bild ja sehr, sehr soft aus Lightroom exportiert. Und jetzt kommt überhaupt erstmal Schärfe und Mikrokontrast ein bisschen dazu. Das Ganze wird maskiert. Damit mir nicht irgendwas im Hintergrund passiert. Und... Haben wir noch etwas, was wir machen können? Ja, wir können hier immer noch... Witzigerweise Dunst entfernen. Ich zeige euch das mal. Dunst entfernen... Ist eine Sache... Nö... In dem Fall nützt sie nichts. Aber ich habe schon Bilder gehabt, wo es wirklich vom Effekt her sehr gut kam. Jetzt muss ich hier mal auf die volle Ansicht gehen. Und jetzt kann ich hier noch einmal ein bisschen eine Vignette zufügen. Die darf auch ein bisschen stärker sein, damit der Blick ins Zentrum geht. Da ist das Bild einfach besser. Und ich werde auch noch die Mitten etwas anheben. Und die hellen Stellen nicht. So. Ja, so gefällt mir das erstmal. Das lassen wir rechnen. Das ist soweit gut. Und jetzt werde ich das Bild nochmal duplizieren. Das ist eigentlich eine reine Sicherheitssache. Ich werde jetzt mal das Bild mit Intensify CK, heißt das ja jetzt, noch fein bearbeiten. Ich gehe hier näher ran, damit ihr das seht. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe hier eine Voreinstellung für Makro. Und jetzt werde ich mal gucken. Ja, es hebt noch ein bisschen hier die Mikro Kontraste. Es gibt ja auch voreingestellte Sachen. Da habe ich hier eine Favoritenliste. Wenn ich es ganz krass machen wollte, könnte ich da drauf gehen. Da ist es dann fast ein bisschen zu stark. Aber da könnte man das auch reduzieren. Ein wenig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Gucken uns das an. Sieht gut aus. Ich nehme heute mal die Voreinstellung aus Intensify CK. Das dauert jetzt ein bisschen das Berechnen. Wir befinden uns immer noch in 16 Bit. So, Bild ist fertig. Wir zoomen mal ein wenig heran. Nein, 100% lang, damit ihr das seht. Mit dem Filter, ohne dem Filter. Ja, schöne Sache. Ich werde jetzt aber nochmal das Bild duplizieren. Und zwar das Originalbild. Und werde einen anderen Filter mal darauf loslassen. Und zwar gibt es seit neuestem einen HDR-Filter von MacFun. Und da gibt es schon wieder ein Update. Aber das Update mache ich jetzt nicht. Der Filter funktioniert ja soweit. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier vielleicht etwas finde, was dem Bild gut tut. Und es muss ein bisschen rechnen. Da haben wir zum Beispiel mal hier etwas. Realistik HDR. Oh, hier am Rand. Das ist übrigens sehr witzig, warum hier am Rand Dinge passieren, die man eigentlich nicht erwartet. Das ist sehr rechenaufwendig. Das seht ihr. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Wir lassen das mal rechnen und vergleichen es mit dem Bild, was ich schon gemacht habe. Das war jetzt wirklich ganz billig gemacht. Also einfach die Voreinstellungen genommen. Ihr seht, das ist sehr rechenintensiv. Das ist ja auch nichts unbedingt Schlimmes. Aber das muss man mittlerweile einplanen. Vor allen Dingen, wenn man mit Bilddateien arbeitet, wie ich gerade, die knapp 250 MB pro Ebene groß sind. So. Das Bild wird reingeschrieben. Ihr seht noch das Original. Und jetzt seht ihr den Unterschied zu vorher. Warum hier jetzt Fehler außen auftreten? Nun, das ist mal wieder eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Das ist das normale Bild. Ja, ich würde fast sagen, dass diese Version... Man kann sich darüber streiten, was von beiden wirklich die bessere ist. Es ist eigentlich so ein Zwischending, sind wir mal ehrlich. Es ist eigentlich wieder so ein Zwischenbild zwischen den beiden. Und ich werde jetzt mal die Deckkraft reduzieren. Ich werde wieder auf 100% gehen. Mit, ohne... Es ist jetzt eine Kombination aus zwei Filtern. Und... Und das muss ich jetzt auch mal noch irgendwie bewerkstelligen. Ähm... Ja... Mal gucken. Ähm... Ja. Auswahl. Farbbereich. Passt. Hallo. So. Hat er sehr gut ausgewählt. Zack und durch. Das ist nur falsch rum, stelle ich gerade fest. Äh... Invertieren. Ich habe ein bisschen rumgespielt, rumgedoktert. Und ich glaube, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe eine Kombination aus zwei Filtern. Ich werde das Bild auf eine Ebene reduzieren. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde das Bild speichern. Und als nächstes werde ich das Bild verkleinern. Ne, als nächstes werde ich das als JPEG speichern. Das ist mal so eine erste Sache. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das Ganze sogar schon als 8-Bit speichern. Äh... Das Bild ist gut. Das Bild ist fertig. Was soll ich daran noch arbeiten? Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, übrigens, dass ein Bild fertig ist, dann werde ich das Bild nicht mehr anfassen. Ich speichere das Ganze jetzt, ähm, noch bei meinen 500-Pix-Bilder als großes JPEG ab. Das ist mal Punkt 1. Und jetzt lege ich davon noch eine kleine Version, Entschuldigung, und zwar 2048. Dieses Bild muss ich jetzt natürlich noch auf die Größe bringen, 2048. Und jetzt, äh, kann man sich sogar noch drüber streiten, ob man da ein bisschen was an der Schärfe noch dreht. Ja, so einen kleinen Hauch drehe ich noch hier an der Schärfe. Und, ja, ich glaube, das passt soweit. Speichern. Und jetzt tue ich das Ganze hier auch nochmal als JPEG ablegen in der hohen Auflösung. Ja, und ich glaube, das ist fertig. Ich weiß, es gibt, äh, genug Leute da draußen, die hier noch sehr viele Feinheiten wegmachen. Hier ist so ein kleiner Fehler. Den könnte ich jetzt mal noch schnell beseitigen. Aber nein, habe ich keine Lust mehr. Ähm, ich, äh, bin mit dem Bild für mich persönlich zufrieden. Und ich hoffe, ihr habt einfach durchs Zuschauen ein bisschen was gelernt. Und, äh, ansonsten sehen wir uns und hören uns vor allen Dingen im Jahr 2016. Das ist nämlich dann morgen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.